Hi, ich bin Nia Künzer. Gemeinsam mit Peter Krossmann habe ich dieses Buch geschrieben. Fortuna Girls heißt es. Darin geht es um starke Mädchen, Freundschaft und natürlich um Fußball. Deswegen habe ich euch auch ein paar Tricks rausgesucht. Erkläre sie euch, mache sie vor. Gemeinsam mit Chiara. Schaut es euch an, habt Spaß dabei. So kann man die Gegner tunneln. Ihr seht, er steht zu beidbeinig. Durch die Beine und weg. Jetzt versuchst du mich zu tunneln. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020